Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 219 von Avorion. Ja was habe ich gemacht? Hier sind die in der Drohne. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich irgendwas weggeschickt habe. Und das gucken wir uns mal auf der Karte an. Wir haben jetzt hier den Albatross. Ich habe einen Hammer gebaut. Das ist ein Schiff, das jetzt hier irgendwie bald ankommen wird oder schon da ist, weiß ich jetzt nicht. Dann die Lady habe ich dahin geschickt. Ich habe die Reiter 1 rekonstruiert und dahin geschickt. Auch ein bisschen aufgerüstet glaube ich. Und der Traveller, der ist schon da. Den Traveller werden wir jetzt wohl mal reinspringen, denke ich mal, damit wir da irgendwie hinkommen. Und da habe ich jetzt ein paar Schiffe auf jeden Fall dann schon gesammelt. Ich habe ein paar Kanonen gekauft, habe die auch eingebaut. Habe ein bisschen Reiter 1 zum Beispiel, Panzerung dran gemacht. Ja und da wollen wir mal weiter gucken, wie es jetzt aussieht. Dann würde ich sagen, bis gleich nach dem Intro. Ja, irgendein Schiff habe ich irgendwo hingeschickt. Dabei ist es drauf gegangen. Die Piraten haben das dann angegriffen und dabei ist es kaputt gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Schiff hieß. Das war das, was nicht fertig konstruiert war. Ziemlich nah an der Barriere. So, jetzt müssen wir mal aber hier reingucken. Das ist jetzt der Traveller, oder? Ne, da will ich nicht rein. Ich will hier rein, will da rein. Und wir müssen dieses Teil in dieses Schiff einbauen, habe ich gedacht. Aber das ist gar nicht das Schiff. Ich dachte im Traveller wären die ganzen Klamotten drin gewesen. Ist wohl nicht so, ne? Okay, dann müssen wir nochmal genau schauen, in welchem Schiff waren denn diese ganzen Einbauteile. Ich sage jetzt nicht, dass war in dem Schiff was kaputt gegangen ist. Das wäre ja richtig ärgerlich gewesen, ne? Schiff von Ass Reiter. Meiner 1, Spritquelle. Ne, oder? War das im Albatross? Nein. In Albatross wechseln machen wir mal gerade. Aber das müssten wir ja in irgendeiner Übersicht sehen, oder? Notrufmission? Ne, die brauchen wir da gerade nicht. Wo ist denn diese? Dann müssen wir erstmal aus der Karte raus. Hier hin. Craft? Sag jetzt nicht der Craft. Kriege ich das denn? Lässt du dieses Schiff von der Liste? Ne, das will ich nicht auf der Karte zeigen, geht nicht. Cruise Holt. Okay, zerstört. Wie kriege ich das denn jetzt hin? Hammer, Lady. Traveler, Spritquelle. Da sind Sachen drin. Ich dachte im Traveler sind wir doch jetzt hier drinnen, ne? Was ist das denn? Ne, das ist doch hier nicht der Traveler, ne? Der Traveler ist da. Okay, das heißt, wir wechseln mal in den Traveler. Ist das unser Schiff? Ja, das ist unser Schiff, alles klar. Dann haben wir da kein Problem mit. Scanbooster nicht, dann müssen wir den mal da reinsetzen. Dann haben wir das fertig. Jetzt sind hier alle unsere Schiffe, ne? Die kommen da eins nach dem anderen, sind schon hier. Das haben wir schon mal geschafft auf jeden Fall. Gibt es hier noch einen Ausrüstungs-Dock? Ich meine ja, ne, oder? Äh, da. Lass mal gerade reingucken. Ich brauche für den Hammer, den ich da gebaut habe, noch so einen Slot mit der Hydra da. Oder wie heißen die Dinger? Wo ich Staffeln reinsetzen kann dann. Die fehlen mir auf jeden Fall noch. E-Stufe, Verfechtsschutzkonten, 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 Ne, das was ich brauche, haben wir hier noch nicht. Feuerstoß darf ich nicht. Ein bisschen was mit mehr Reichweite wäre noch ganz nett. Das ist eine Defensivgeschichte, vielleicht kann ich die noch einkaufen. Achso, ich muss an dem Ding jetzt gedockt sein. Hm. Komm, das bringt mir aber hier dann nichts. So, interagieren, Befehle, mich eskortieren. Interagieren, Befehle, mich eskortieren. Befehle, mich eskortieren. So, da oben ist noch einer. Befehle, mich eskortieren. Ich hoffe, die kommen jetzt alle zu mir. Den haben wir schon rausgerufen. Piraten greifen den Sektor an. Dann schauen wir doch mal, dass wir da gerade vielleicht hinkommen. Okay, die sind schon kaputt. Brauchen wir nichts mehr machen. Okay, der war jetzt ziemlich flott hier, ne? Hat der denn auch schon hier den Befehl gekriegt? Sieht so aus, oder? Der kommt auch näher, ja. Die sind schon ganz nah. Da oben ist jetzt das Ausrüstungs-Dock. Lass uns da noch mal reingucken gerade. Okay, 20 Minuten, das heißt, es sind gerade vielleicht auch sogar neue gekommen. Frachtraum-Erweiterung, Verstärker, Überraum-Booster, Schutzkonsol-System. Okay, ich muss wieder docken. Jetzt fahren wir erst docken. Fertig. Einmal da dran. So. Einmal bitte näher. Ausrüstung handeln. Frachtraum-Erweiterung wollte ich nicht. Überraum-Booster, Schutzkontroll-System. Das wollte man kaufen. Ich muss an der Station gedockt sein, um, ne? Kriegen wir es noch hin? Jetzt bin ich gedockt. Nochmal das ganze Geschützkontroll-System kaufen. Gefechts-Geschützkontroll-System. Da ist jetzt nichts bei. Das hat eine schöne Reichweite. Distanz-Volter. Können wir kaufen. Prof-Kanone, das kaufen wir auch. Profi-Kanone. Das reicht. Klassik dreifache Geschützkontroll-System. Schadens-Typ, Antibatele, okay. Machen alle keine Leer. Macht noch ein DPS von 151. Kauft den nochmal mit ein. Okay, da sind wir erst durch. Die folgen mir jetzt alle, ne? Hier ist auch noch ein Ausrüstungs-Dock, ne? Genau. Das bedeutet... Sind wir der Traveller, ja, ne? Hm. Ach, das kann ich mit einem Sprung wieder machen. Das bedeutet, ich muss es selber machen, oder was? Aber der Traveller passt doch da nicht durch. Das ist doch Blödsinn. Achso, dann können wir das hier machen, ne? Koordinaten in Computer eingeben und dann geht die Reise dahin. Ah, da unten müssen wir hin. Ich hoffe, die anderen springen dann alle hinterher auch. Schön wär's. Wollen wir mal hoffen. Albers Russ hat sein Ziel verloren, alle haben ihr Ziel verloren, geil, oder? Das heißt, ich muss die mit der Hand nachziehen. Das ist ja auch wieder voll doof. Der ist mitgekommen. Zielsektor kann mit einem Sprung erreicht werden, ja sicherlich. Aber warum muss ich das jetzt hier handhaben? Spring doch da einfach hin, ohne dass du mich jetzt hier nervst. Und außerdem... Warum muss ich das dann mit der Hand machen? Sagt mir das. Mit dem Rechtsklick geht's dann, na super. Der ist mitgekommen. Und noch die Lady mit. So, ich hoffe das klappt so. Okay. Da ist ja dann auch noch ein Ausrüstungs-Dock. Da müssen wir dann auch mal weiter gucken. Haben wir das. Wo ist jetzt das Ausrüstungs-Dock? Auf der Karte da unten. Ich wollte da nicht schießen. Ich wollte einfach nur da hinfliegen. Gucken wir mal, dass wir da schnellstens hinfliegen. Die Besatzung eines Schiffs ist bezahlt worden. Sehr schön. Meiner 3. Schiff ist gedockt. Passt. Anschauen. Ausrüstung handeln. Geschütz-Kontrollsystem. Kaufen mal. Da gibt's jetzt keine dieser tollen Einheiten. Wenn sonst shit aber auch. Schaden 14,7 x 2. DPS. Ich hätte gern was mit ein bisschen mehr Reichweite. Oh, hier das ist aber ein cooler Schaden. Ja, das war nix dann mehr. Raumjäger. Die müssen wir auch kaufen, aber da brauchen wir hier diese Hydra-Geschichte. Pulse können wir nicht. Reparaturjäger könnte man kaufen. Miningjäger. Das bringt mich. Point-Defense-Laserjäger. Jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwelche anderen auch noch gekauft. Ist egal. Was haben wir denn hier für welche jetzt hier drinne? Na egal. Das war die falsche Taste auf jeden Fall. So, hier haben wir auch durchgeguckt. Ich weiß jetzt nicht, der soll eskortieren. Das ist klar. Wo sind die anderen Schiffe? Noch nicht hier. Auch cool, oder? Die sollten doch alle schon längst durch so ein Tor gesprungen sein, oder? Aha. Da ist eins durchs Tor gekommen. Nächste. Dann sind die schon alle hier durch. Da ist das. Und Kaufmann. Gibt es hier was anderes? Ja. Ja. Jetzt greift mich das Ding an. Was soll ich das wissen? Ich bin nur froh, dass ich hier hin kommen werde. Jemand sollte sich um diese Dinge kümmern. schon tot. Ist der Kaufmann gerade weggesprungen, oder was? Das wäre jetzt richtig doof, ne? Wahrscheinlich ist der weggesprungen. Ja, super. Das ist wieder mal schade, ne? Okay, also das ist jetzt hier schon wieder ein Stück vorangegangen. Ein bisschen habt ihr ja mitgekriegt. Ich werde jetzt versuchen, dann weiter an die Barriere zu kommen mit diesen Schiffen, und vielleicht das eine oder andere unterwegs noch einzusammeln, damit die dann noch besser werden, und dann müssen wir mal gucken, ne? Ich sage mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung überhaupt macht, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, damit wir das nächste Video hochladen, gerne Kommentare schreiben, und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.